So, liebe Zuschauer, ich grüße Sie zum heutigen ersten JFT Live Trading TV nach dem Osterfest. Ich hoffe, Sie sind gut durch die Feiertage gekommen, trotz stürmischer Tendenzen ja hier in Deutschland. Wir wollen uns gleich dem DAX mal zuwenden, der hier in der 24-Stunden-Indikation auf Stundenbasis ein interessantes Bild aufwirft. Wir werden aber uns trotzdem mal den DAX hier auf Cetra-Basis auch anschauen, um einfach mal die Veränderung des Charts zu klassifizieren. Cetra, also hier der Chart praktisch von 9 Uhr bis 17.30 Uhr. Wir sehen hier jeweils die Gaps, die dann praktisch damit einhergehen, eben wenn es sich nicht um eine 24-Stunden-Indikation handelt. Sie sehen hier die leichten Unterschiede und auch hier diese Aufwärtstrendlinie, die sich im 24-Stunden-Chart sozusagen kennzeichnet, lässt sich im Cetra-DAX nicht finden. Das ist definitiv schon mal interessant. Nichtsdestotrotz haben wir praktisch mit dieser 24-Stunden-Indikation das Marktrauschen über Nacht eingefangen und haben auch hier natürlich die Gaps sozusagen ausgesondert. Und dies erlaubt hier durchaus die, ja, durchaus sich darstellende Aufwärtstendenz. Eben hier mit dem jüngsten Ausbruch, der sich hier dann auch schon Ende März deutlich kristallisierte. Hier klassischer Pullback dann am 1. April, kein April-Scherz in diesem Fall, an diese gebrochene Abwärtstrendlinie des Abwärtstrendkanals, dieser Art bullischen Flagge. Dann schoss der Markt nochmal raus und wir haben jetzt hier auf Stundenbasis eben ein sehr, sehr interessantes Widerstandslevel. Das lässt sich hier ziemlich genau beim Bereich von 12.100 Punkten lokalisieren. Hoppala, so machen wir das fix. Und das ist jetzt genau dieses Gretchen oder der Gretchenpunkt vielmehr. Der DAX also jetzt hier mit diesem starken Abgap von heute Morgen auch das Resistance Level 1 schon touchiert hier auf Wochenbasis. Das verspricht sich mit Blick auf den weiteren Wochenverlauf noch viel, viel mehr nach oben. Sie sehen, es könnte hier durchaus neue Allzeithochs geben. Kurzfristig kann der Markt hier durchaus verschnaufen unterhalb von 12.100 Punkten. Aber es gilt, wenn wir hier rausziehen über 12.100, ist sehr wahrscheinlich, dass wir das Level von 12.200 ansteuern, um dann hier auch noch wesentlich höher zu ziehen. Der Markt scheint also hier noch längst nicht fertig nach oben und wir werden auch gleich sehen, vielleicht haben Sie es eingangs schon lokalisiert, die saisonale Tendenz sieht auch gar nicht mal schlecht aus, was uns da jetzt im April bevorsteht. Also insofern alles sehr, sehr konstruktiv. 12.100 jetzt das Key Level auf der Oberseite. Wir sind hier knapp 12, 13 Punkte weg davon. Das heißt, wenn wir hier bei Stunden Schlusspreis drüber gehen, kann sich direkt ein Aufwärtsmomentum vollziehen. Ansonsten wäre es alternativ so, dass wir hier möglicherweise seitwärts oszillieren. Das ist aber hier wirklich nur Plan B. Ob die Rücksätze hier in dem Bereich 12.000 so stark vollzogen werden, auch hier im Sinne eines Gap Closes, muss mal abgewartet werden. Gerade hier der Xetra-Preis eben oder der Xetra-Stand, wenn es hier zu einem Close kommen sollte. Jetzt werden wir noch mal kurz umstellen. Einfach nur der Indikation wegen. Kann es hier im Bereich oder könnte es sogar hier nochmals Preise unter 12.000 Punkten geben. 11.989, 11.990. Das scheint mir aber fast schon ein Stück weit zu tief. Kann mir aber also persönlich nicht vorstellen, dass der DAX so tief zurückkommt, wenn er jetzt an 12.100 Punkten scheitert. Es sollte sich eher alles hier im Bereich oberhalb von 12.000 abspielen, sofern der DAX eben dann hier wirklich den Drive nach oben vollziehen will. Auf der Oberseite gilt aber definitiv hier der Ausbruch über 12.100, 12.110 Punkte. Das ist das entscheidende Level. Und auf der Südseite, wenn wir jetzt hier nach unten uns richten und diese 24-Stunden-Indikations-Aufwärts-Trendlinie nehmen, dann wäre es sicherlich nicht von Vorteil, wenn wir hier zu stark unter 12.000-11.900 Punkte zurückfallen. Denn hier unterhalb von 11.900 Punkten auf Stundenbasis müsste man dann hier nochmals mit stärkeren Rücksetzern rechnen, die in Richtung 11.7 gehen. Das ist aber nicht das präferierte Szenario. Der DAX scheint vielmehr weiteren Aufwärts-Drive genießen zu wollen. Insofern schauen wir gleich mal auf den Tagesschart. Vom Index, da sehen wir hier auch die Annahmen der letzten Märzwoche, dass der DAX grundsätzlich Potenzial hat, hier nach oben rauszuziehen. Aber innerhalb dieser, ja, jetzt doch bullisch aufgelösten Flagge hätte noch weiter nach unten laufen können. Hier wäre ein ideales Buying-Level gewesen im Bereich 11.450, 11.440 Punkte. Wenn er bis dahin gelaufen wäre, hätte man hier den DAX sicherlich gut einsammeln können. Ist nicht passiert. Der DAX ist, wie gesagt, schon vorher rausgebrochen aus der Flagge, hat hier Potenzial geliefert, aber die alten Hochs stehen hier noch sozusagen vor der Tür. Jetzt haben wir hier auf Tagesbasis auch ein sehr, sehr interessantes Level. Insofern hier ein Stück weit hoch, 11.870, 11.860 Punkte. Das ist ein sehr, sehr signifikanter Unterstützungsbereich. Warum? Ferndessen, was wir gerade auf Stundenbasis gesehen haben, sehen Sie hier sehr schön, dass der Markt jedes Mal wieder hier im Bereich von 11.860, 11.870 Punkten hochgekauft wurde. Und das seit Mitte März. Also wir haben hier definitiv ein sehr, sehr großes Level, eine Price Action in diesem Bereich, die immer wieder die Käufer in den Markt zurückzog, um gerade auch den DAX hier dann eben nicht per Daily Close unterhalb des Levels schließen zu lassen. Das legt jetzt die Vermutung nahe, dass wenn der DAX eben dieses Level weiterhin verteidigen kann, sich hier eine weitere Rallye-Fortsetzung anschließen sollte. Ansonsten könnte es hier durchaus nochmal zurücksetzen in Richtung 11.4 kommen. Das wäre überhaupt kein Problem, im Sinne dessen, dass der Markt ja relativ lange seitwärts gelaufen ist hier auf dieser Oberseite. Da wäre jetzt hier ein Ausbruch nach unten durchaus mit 400, 500 Punkten Abschlag zu versehen. Das sollte keine Überraschung werden, gerade wenn wir eben per Daily Close unter 11.850 gehen. Bleiben wir aber darüber, dann sieht es gut aus. Und das möchte ich hier im Tageszeit auch nochmal einzeichnen. Gerade oberhalb von 12.100, 12.110 Punkten sollte sich der Index hier dann doch wieder nach oben orientieren, um dann neue Allzeithöchststände anzuvisieren. Das sieht nach wie vor, jetzt machen wir den Fall auch mal blau als präferiertes Szenario, das sieht sehr, sehr gut aus. So, in Kombination dessen schauen wir uns jetzt nochmal die Saisonalität an, die Sie eingangs wahrscheinlich schon gesehen haben. Und da haben wir es mit Beginn des Aprils haben wir hier bis in den Mai hinein, über den Mai hinaus, also mit Blick auf die nächsten 40 Handelstage, eine durchweg bullische Tendenz. Der DAX ist also hier saisonal gestützt. Und wenn es hier zu einem Ausbruch eben kommt nach oben, dann sollte sich auch hier diese Annahme eben durchaus weiter fortsetzen können und der Index eben hier weiter beflügelt werden, was dann hier Niveaus oberhalb von 12.300 Schrägstrich 12.400 Punkten initiieren könnte. Hier im Stundenchart nochmal ganz kurz abschließend das Level 11.860 wäre hier dieses Niveau. Ich werde da auch nochmal eine grüne Supportlinie einzeichnen, ergänzenderweise. So, da ist diese Zone, ein Stück weit höher. Das wäre ein Level, das lasse ich auf Stundenbasis direkt mal drin, was hier eben Beachtung finden sollte. Nicht im Intraday-Bereich, hier sehen Sie die Spikes nach unten immer wieder, aber gerade eben hier mit Blick auf den Tagesschart ist dieses Level hier sehr, sehr wichtig. Und das deckt sich mit 11.890, 11.900, setzen wir das Ganze noch ein Stück weit runter, 11.850 wäre dann auch hier gerade im Kontext des Tagesscharts hier sicherlich ein klares Verkaufssignal, was dann natürlich auch noch deutlich tiefer führen könnte. Das signalisiere ich jetzt mal hier mit dieser Falltendenz, ist aber wie gesagt nicht das präferierte Szenario. Könnte aber passieren, sofern der DAX eben hier doch nach unten weg taucht. Nach oben, wie gesagt, 12.300, 12.400 Punkte in den nächsten Tagen durchaus machbar. Insofern lassen wir uns mal überraschen, ob der DAX hier weiterhin den Rückenwind tatsächlich behält, den er bis jetzt aufgenommen hat mit diesem schwungvollen Start in die neue Handelswoche vielmehr. Und insofern wünsche ich Ihnen jetzt erstmal viel Erfolg beim weiteren Anlegen, beim weiteren Traden, beim weiteren Beobachten. Und würde mich freuen, wenn wir uns am Nachmittag wieder hören. Dann werden wir einen Blick auf die US-Märkte werfen und mal schauen, ob der DAX dann hier auch nochmals Rückenantrieb, Rückenluftrückenauftrieb von den US-Märkten bekommt. Ich sage erstmal bis dahin einen schönen Resttag an Sie und bis später, Ihr Christian Kemmerer. Ich sage erstmal bis dahin.